Für mich persönlich ist es überraschend jetzt natürlich, ich kenne den FC Bayern eigentlich fast nur mit Uli Hoeneß. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt stimmt, also ob das ein Fakt ist oder ein Gerücht. Wenn, dann wie gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es ist natürlich schon die prägende Figur gewesen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt? Es ist natürlich schon einmalig, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich denke, ich warte erst mal, dass er das persönlich meldet. Schwierig, wenn ich ehrlich bin, schwierig. Aber ich habe selber nur kurz was von gehört, deshalb kann ich dazu auch nicht viel sagen. Es ist aber bisher nur über die Medien gespielt, also ich habe noch keine Informationen aus erster Hand. Würde ich gerne, aber kann ich nicht, weil ich wirklich nicht weiß, wie viel Wahrheitsgehalt es letztendlich darin steckt. Also von daher nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich das jetzt nicht kommentiere.